Essssss Ich hab den Kalifen. Komm her. Was hast du dir gegönnt? Ähm... Müsli. Aber komm mal her, ich hab den Kalifen. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ok, ok. Ach, du bist ja schon direkt hier. Cool. Ich hab Upquests abgegeben und dann hab ich von selbst nachgedacht und dachte, wenn er vorhin tot war und da rum lag, ist jetzt ein guter Zeitpunkt in deine Richtung zu gehen. What? Er ist verschwunden? What? 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 Hä? Hä? Warte mal, warte mal. Hä? Er ist grad vor mir. Ehh? Er stand grad vor mir und ist einfach verschwunden. What the fuck? What? Hier. Ja boah, was geht mit denen ab? Guck dir das mal an. Siehst du die? What? Guck, wie schnell die sind. Was ist das, Mann? Okay. Die laufen jetzt zum Kalifen oder? Ach, der spawned. Hä? Was ist das? Hä? Die laufen zum Kalifen? Ja, ich weiß. Das sind die Leibwachen vom Kalifen. Ja, guck mal, da hinten läuft er. What? 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 Der stand grad vor mir und ist einfach instant verschwunden. Das macht nur Sinn, Alter. Krass. Krass. Hier, gönn dir mal 70 Beweglichkeit. Yoga-Totem, Alter. Dummster Spruch, eh, Mann.